Hallo zusammen! Wie Sie vielleicht schon mitbekommen haben, wir dürfen unsere Türen wieder öffnen. Doch wie es an Ihrem Standort aussieht, möchte ich Sie bitten, auf unserer Homepage unter dem Reiter Update zu Ihrem Autohausbesuch Ihren Standort zu suchen. In diesem Falle suchen wir jetzt mal den Standort Hamm und klicken auf Standortdetails, um zu sehen, wie der Besuch in Ihrem Standort Hamm ablaufen kann. In Hamm haben wir gerade eine Inzidenz zwischen 50 und 100. Das bedeutet, wir haben die gelbe Flagge. Und was bedeutet die gelbe Flagge? Die gelbe Flagge bedeutet, dass alle Serviceprodukte wie gehabt stattfinden können. Doch Verkauf ist wieder was anderes. Wir möchten Sie bitten, für eine Probefahrt oder eine Beratung zuvor einen Termin zu vereinbaren. Der Online-Verkauf findet selbstverständlich weiterhin statt. Punkte Rot würde bedeuten, wir haben eine Inzidenz von über 100. Hier können wir eine Probefahrt zwar mit Termin anbieten, allerdings die richtige Beratung darf ausschließlich online stattfinden. Der Service, wie gehabt, volle Freigabe. Im besten Falle haben Sie eine Inzidenz von unter 50. Das bedeutet, Sie können ohne Termin wieder zu Ihrem Autohaus vorbeikommen, sich beraten lassen und in das neue Auto Ihrer Wahl einsteigen, um eine Probefahrt zu machen. Ich hoffe, Ihnen hat der kleine Überblick gefallen. Und wir freuen uns, wenn Sie endlich wieder durch unsere Türen kommen können. Bis bald. Bis bald. Vielen Dank.